Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal E-Gaming. In diesem Video reagieren wir mal wieder auf iratsch.tv. Heute ist glaube ich der fünfte Tag der 100-Tage-Challenge. Wer noch nichts von der 100-Tage-Challenge mitbekommen hat, der kann sich gerne mal das erste Video angucken. Das ist auf dem Vorten in der Videobeschreibung verlinkt. So wie der Kanal von iratsch.tv und das Original-Video verlinkt ist. Und ja, ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Und heute reagieren wir auf der unseriöse Detektiv. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht so lange und würde ihn direkt los. Habe ich schon im letzten Video gesagt, ich finde iratsch.tv einfach so geil, weil ihm einfach gar nichts peinlich ist. Und die Outtakes sind auch immer am besten. Macht er einfach sehr nice für Videos. Da denkt sich auch nur, was will der jetzt von mir. Ihr müsst euch einfach immer in die Lage versetzen, dass einfach iratsch.tv auf der Straße zu euch kommt und so etwas macht. Egal, ob das jetzt dieses Videos oder andere Videos, aber das sei. Dann werden wir nur in Rosane Apfel-Tasche essen. Und dann kommt da so ein, ich sag jetzt mal, Detektiv. Und den war iratsch. Wo ist der Dampf, oder? Geil, wo ist der Dampf? Er macht da so 100 Jahre um ihn rum und dann fragt er, ob er tabakert. Kann ich auch mal gucken in deinen Taschen? Überlaufe dich, du bist wieder. Okay, das soll ich kennenzulernen. Danke trotzdem, ja? Ja, kein Ding. Alter, das. Sieht aus wie Papa Platte Merch. Was hat Papa Platte Merch nicht auch hier so? Zwei umgedrehte Bs? Eher, ich mein Ps, nicht Bs. Er antwortet nicht mal. Er fotografiert einfach mit Blitz. Voll abgefuckt. Die Frage ist, ob ich die Polizei rufe. Warum? Ich habe alles gesehen. Was denn? Alles, was ich brauche. Was? Was? Hoppla. Hoppla. Ladies. Hi. Sollt ihr ganz alleine? Ah, okay. Ladies. Ihr seid richtige La... Er fällt einfach hin, geil. Alles gut. Alles gut. Bzw. er tut so, dass er hinfällt. Kommt ihr gleich ein Bus? Ja. Ja. Neunzig. Hoppla. Darf ich fragen, warum ihr so nervös seid? Habt ihr was zum Bebergen, oder? Ja, ich will einfach nichts weg haben. Wenn da so ein Typ von der Seite kommt, dann... geht er einfach hin und fragt, wie er heißt. Wie lange bist du schon hier, Tim? Ich hab's schon vorhin gesagt, aber ihr müsst euch vorstellen, dass da einfach so ein Typ zu euch kommt. In dem Fall jetzt iratsch.tv. Und... Ja. Ja. Auch ich so die Sachen fragt und so. Auf komisch tut. Jetzt zeigt ihm einfach seinen Impfass. Geil. Ha, Gai Der meint das richtig auf Ernst, der Typ. Der meint das echt ernst, brauchen Sie Hilfe. Ruf die Polizei jetzt. Ja, richtig aggressiv, der Typ. Tim? Sag mir deinen Namen, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Hallo, verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Mein Name ist Eratsch. Der hat sich vorher schrubt. Und du darfst nicht wissen, warum ich hier bin, okay? Entschuldigung, Polizei, ich habe das Rad hinten, mein Fahrrad abgeschlossen. Am Bahnhof habe ich das abgeschlossen. Und als YouTuber. Ich kann das retten. Wie können Sie das retten? Ich kann das retten. Damit können Sie mein Fahrrad retten. Ich kann das retten. Ne, wir filmen da oben. Ja, die Outtakes sind immer am besten. Nein, leg auf, ich mach Spaß. Wir fehlen mit der Kamera. Ich mach Spaß. Oh, gut. Ja. Ja, wir haben... Aber ich mach Spaß. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich weiß, ob wir nicht geholfen haben oder so. Weil der ist so schnell aufgeschrubt. Der hätte man gar nicht mehr. Ja, ich kann dir. Bruder, der filmst. Ey, du leg auf. Ich spiele einfach an den Detektiv. Und ich habe ehrlich gesagt, das war ein bisschen einfach improvisiert. Weißt du, ich wollte einfach... Mein Ziel war einfach nur, ich mach mir ein paar Notizen und guck, was passiert. Wer hat der Abonnenten gemacht? Ja, 600.000 knapp. Oh, was? Ey, was ist okay für euch? Auch wieder ein sehr geiles Video. Ich würde sagen, Original-Video in der Videobeschreibung und seinen Kanal. Wie gesagt, kommt gerne auf den Discord. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.